Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft und ja, im letzten Part sind wir noch schlafen gegangen und jetzt können wir frisch, wir brauchen noch eine Schaufel natürlich, frisch wieder weiterarbeiten an, naja, dem einen Projekt dahinten, das Gewächshaus und ich glaube, dass das Gewächshaus dahinten um einiges größer wird als das, was wir dahinten im Haus haben. Ja, das größer wird, weil hier haben wir Felder nicht nur für Getreide, sondern auch noch für Zuckerrohr und alles andere Minecraft, was zum Spiel Karotten und Möhren mit Karotten und Kartoffeln Hier wird ja massig dann angebaut, das wird ja mehr so eine Massenfarben, eher eine Massenfarben, das werden mehr oder weniger Auf Wiedersehen, Monty! So heißt das Lied Okay, wir werden hier dann weg, dann hier eine Wasserschneise Dann mehr hier Zuckerrohr Wasserschneise Zuckerrohr Denn hier müsste man nämlich Jetzt müssen wir erst mal anbauen So, können wir gleich unsere gewonnene Erde gleich mal einsetzen Und unten am Leben, glaube ich So Mehr Erde haben wir ja doch, mehr, mehr Nein! Komm, aussammeln, aussammeln, aussammeln schnell Genau hier kommt dann noch das Ende hin Jetzt haben wir zum Glück noch ein paar Schneisen für Dingens geschafft Für Zuckerrohr Aber jetzt weiß ich schon, bei jedem so ein Block ist eine Wasserschneise Und das Zwischen ist immer weg Ist auch bei Zuckerrohr dann Hier ist halt ein Ende, genau, hier ist Ende Weiß ich aber, dass hier 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 Und hier Wasser hin muss Und Gravee haben wir hoffentlich jetzt genug Für Wege Okay, Schneise Bis zum Mittelgang Das sind jetzt vier Blöcke Genau So Das noch schön bis zur Mitte Ich wieder Hunger, ey, ne Aber es wird nicht so lange an, habe ich so das Gefühl Also scheint der, äh, der Steve nicht so satt zu werden So Wir legen auch schon bis die Grundsteine für Dass wir mit dem Bau gerade zwei Gebäude parallel zueinander Oder Das soll einer mal sagen, dass wir endlich bauen können Oder nicht produktiv genug sind Weil ich hab echt mehr gebaut Als Gromke Als Gromke hat es weniger als in 30er, in 30 Folgen gebaut So, jetzt hol ich euch mal Graveel Ja, und danach machen wir noch die ganzen Pfosten überhoben Boah, wir werden definitiv mehr Holz brauchen Das bisschen was wir jetzt gerade in der Tasche haben Was wollte ich, was wollte ich jetzt machen Ich wollte Graveel holen Genau, Graveel Äh, Graveel Da Graveel drin Da Graveel drin Da haben wir auch kein Graveel Haben die überhaupt Graveel? Nein, wir haben das Toll Wir haben das Graveel nämlich noch in der Höhle Da haben wir nämlich noch das Graveel Und wir werden bestimmt so zwei, drei Stacks Graveel brauchen Bis wir den Weg fertig haben Also Leute, das wird dann schön dauern Bis wir da das Gebäude fertig kriegen Zumindest die Wege Es wird ewig dauern Deswegen geht schnell in die Höhle gehen Und das Abholen da Müssen wir echt mal ein Bett da hinten machen in der Höhle Das ist bei der Klinik schon dahinter noch mal schlafen Und, wo haben wir denn? Äh? Ach, Graveel ist schon unten, oder? Ja, wir haben schon ganz unten unser Graveel Ich kann's mir doch nicht denken, ne? Wir haben die hier unten noch Einmal haben wir hier, glaube ich, noch eine Fackel Äh, eine Fackel Eine Kiste? Ja, ne, dann war's doch da oben Dann wollen wir ein bisschen da oben durch Hier haben wir jetzt natürlich auch ausgeleuchtet Hier kann ja ganz nichts passieren Oh, wir haben ordentlich Graveel Das ist gut Und hier haben wir auch nochmal 18 Graveelen Das ist sehr gut Okay, wir können wieder nach oben gehen Ach, das sind die Graveelen, ne? Das ist nicht schlecht Das sind Graveelen, ne? Das sind Graveelen haben wir schon Ich dachte, wir hätten nun überhaupt gar kein Graveelen mehr Weil man hat ja schon mal Graveelen Irgendwann schon mal eingesetzt, glaub ich, in dem Äh, jetzt Abriss Zum Abrissverfall gegebenen Gewächshaus, ne? Da hat man doch auch Graveelen gehabt Der hätte, ach, den muss ich auch noch abbauen Da wird sowieso alles abgerissen Das alte ganze Gewächshaus wird abgerissen So, ab hier zurück Und dann werden wir weiterbauen An dem Gewächshaus Und ich hoffe mal, dass der Graveelen reichen wird Zumindest für den Weg, der geradeaus hintergeht Dafür wird der Graveelen mindestens reichen Ja, wir haben auch hier schon eine ganze Riege Graveelen Und ich muss da jetzt schon gucken, wie Wenn ich jetzt schon das alte, äh, das neue Gewächshaus sehe Dass da viel Graveelen gebraucht wird Allein von dem ganzen Mittelweg Könnt ihr vielleicht da kleine Sekten, die ich jetzt schon gewählt habe Im Mini-Inventors, sag ich jetzt mal so, schon Komplett aufgebraucht Weil ich glaub, das sind schon 38 Blöcke So, dann geradeaus hinter Ja, dann ganzen Mini-Wege noch Alter, das wird so ein Ressourcen kosten Bis auf hier hinten So Jetzt kein Verbauen Weil sonst könnte man einen Flint rauskriegen Danach ist der ganze Graveelen weg Ach, dann können wir den Block bekommen Alter, nee, ey Ich seh's schon kommen, dass der Stack schon nicht reichen wird Wenn er reicht, dann könnte der Graveelen genug sein Ja, wir haben einen Graveelen, das ist gut Jetzt fang ich jetzt schon mal mit den kleinen Wegen hier an Toll, wir haben einen Graveelen Doch, wir haben noch Graveelen Das ist los so leicht, haben wir keinen Graveelen Das ist los so leicht, sind wir nicht out of Graveelen Also an Glas und Holz durfte das eigentlich nicht habern Dann ist das erste Gebäude Weil, was wir definitiv fertig kriegen Wird das Gewächshaus sein Das Enchantment-Haus Da brauchen wir noch ganz Büchregale Also auch Leder dafür Außer ich werde mal den Mod Old Books installieren Wo man nur noch die Wo man nur Bücher braucht dafür Äh, nur Papier und Äh, nur Papier für Bücher Auf Graveelen Ja, da bleibt Erde Aus dem Grund Wegen dem Zuckerrohr Mensch Hund Warum machst du den hier oben? Eins, zwei, drei Zwei, drei Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Zwei Oh, das ist zu hoch Ich darf keine drei hochma- äh Drei von einem Block aus hochmachen Stimmt ja Da passt's Und ich muss mich schnell wieder verpissen Da 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 Die Musik die ist so cool Obwohl man nicht mein Typ ist Oh ja, trotzdem Gefällt sie mir so sehr Sie passt so nur zu Minecraft Oh ja, sie passt dazu Es macht so viel Spaß sie zu hören Ja, da 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 Und da geht die Sonne unter Da 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 Ich will schlafen gehen Da 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 Komm, ja, jetzt Ich würde jetzt sagen, wenn ja, dann werde ich die Folge kurz ein kleines bisschen überziehen. Aus der Tatsache, dass wir erstens das noch fertig kriegen müssen, von den Stämmen her. Und wenn wir das mitnehmen, das Glas erst recht. Und Holz, zwei hinten, ne? Nein, Holz war da. Holz war rechts. Wir haben kein Eichenholz mehr. Verdammt, wir haben kein Eichenholz mehr. Wir brauchen dringend Eichenholz. Wir brauchen dringend Eichenholz. Ja, das ist ganz dringend, denn wir können jetzt nur noch... Genau. Wir werden jetzt noch durch Eichenholz holen gehen. Wir können allzeit noch nachpflanzen. Jetzt geht die Industrie erst mal vor. Ja, die Industrie hat manchmal einen Vorrang. So, erst mal hopp. Ist dann, dass der Baum auch gleich gefällt? Dann haben wir 23. Ich hab's doch gewusst, da ist das Dingens hier am Weg. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, und hier fehlt genau eins. So, und dann werden wir da oben das noch wegmachen und den Baum noch wegfällen. Ich hab' echt den Timmermatt installieren sollen, aber ich glaub' der ist noch gar nicht geantelt für der 1,5,2, oder? So, das ist natürlich der Baum, der ewig da oben stand, weg. Aber den fäll' ich jetzt gleich schon nach. Weil da oben ist mir der Baum echt schon bedeutsam. Eins, zwei, eins, zwei, und dann schaffen wir's noch vom Holz her. Eins, zwei, eins, zwei. Okay, und damit ich allzu viel Glas verschwende, ja, werde ich das so machen. So, dann werden wir natürlich echt noch Holz brauchen. Aber das machen wir alles dann in der nächsten Folge. Und die nächste Folge wird dann ja schon in der 1,6 sein. Also, Leute, haltet die Ohren steif!